15 nochmal minus 8 Plus 7 und werden wir bei was habe ich gesagt Prozent 15 14 werden wir jetzt noch 14 Prozent minus Plus 7 das muss eigentlich minus 8 plus 7 immer die ganze Zeit sein bis wir auf minus 12 kommen 15 11 12 einmal noch glaube ich ne oder das müsste jetzt minus 12 sein müsste es stimmen yeah boah bin ich gut okay bin ich nicht ich habe einen Tank zu lange gebaut und muss ich mir das sogar aufschreiben einige machen das bestimmt blind naja gut wie dem auch sei so wir haben es so äh kann ich hier irgendwas machen jetzt mag jetzt lag bei jahrs aufgast jahrs hier ist es könnten gegründet so haben wir die Maschine gefext gefext gfx fix jetzt geht's rauf und wir schauen mal so dass im Sprecherne er 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 ist der erste er ist hier auf Gas, hier auf Gas. Vielleicht müssen wir mit dem wieder reden nochmal, weil er seinen Ausweis wieder haben will. Nein, will er nicht. Ähm... Wo ist denn Evelyn eigentlich hingerutscht? Ach, da drüben. Weil die schwebte gerade über uns da irgendwie. Über die Stromlacht... Hä? Okay. Ach so. Fällt doch auch nie auf. Der andere steht da hinten, ne? Als ob der das nicht sehen würde. Naja, wie dem auch sei. So. Jetzt wären wir hier. Schleichpassagen hatten wir bisher nur eine einzige gehabt, ne? Und, Sir, they claim Professor Jacques was lost when the cabins collapsed. My uncle? Lost? Do you have any idea what this means for our plans? London will be furious! Yes. That's why I ordered to have them locked up, Sir. I thought you would... Don't you ever presume to know what I would or would not do? Those two mean absolutely nothing. Now get out of my sight. Absolutely nothing? Ich bin Adam Bencher. Danger trombolst, wenn es mein Name hört. Ich bin... Whoa! Die Animation gerade. So... Der ominöse Ladebildschirm namens AV. Ähm... Ja. Wie gesagt, ich spare mir jeglichen Kommentar, warum AV. Wir wissen ja Adams Venture. La la la. Ja, da bin ich mal sparen, wo wir jetzt hinkommen. Wahrscheinlich unterirdisch in dieser... Höh. Salomons Tempel. Ich bin nicht gut. Das ist sicher. Wie du in diesem alten Welle ist außer mir. Ich bin glücklich, dass du okay bist. Ah, ja. Ich denke, du sollst hier runterkommen. Dieses Ort ist... Well, ich weiß nicht, was dieses Ort ist. Ah, ja. Und während des Sturzes hat er sich auch direkt umgezogen. Ah, ja. Praktisch. Möchte ich auch können. Hat sich wahrscheinlich die Hose entrissen, während er fiel. So, wo ist man denn jetzt hier? Oh, ein Rätsel, vermute ich mal. Nathan, David, Salomon... Oh Gott. Oh Gott, das wird zu furchtbar. Das ist bestimmt das Master-Rätsel oder so. Ich brauche Feuer. Ich brauche Feuer. Äh, ja, warte, ich kann dir eins geben. Dann nimm doch hier oben einfach die Fackel. Oh, schau an diese Tür. Wo kommen sie her? Das ist Solomons Familie Tree, schildert. Du hast eigentlich etwas hier überrascht. Du meinst, ich habe eine gut geplanten Erkrankung gemacht. Aber nichts, die Öffnung diese Tür wird das kristallklarer machen. Huch, was hast du mit dem Arm gemacht jetzt gerade? Ah, mit der Lupe. Oh, schwacke. So, ähm, ja, wo kriege ich denn jetzt Feuer her? Ich muss mir noch mal ein bisschen etwas umsehen. Ja, ha. Familie Mitglied wählen. Das ist ja falsch, oder? Okay. Aber warte mal, hier sind noch Bilder, Baum. Hier ist irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Zeichnung. Okay. Jetzt muss ich wahrscheinlich rausfinden, okay, hier ist der Baum ganz gewachsen. Ich würde vermuten, vermute mal, der ganz gewachsen ist, der steht ganz oben, der Salomon. Der wird hier wahrscheinlich ganz oben stehen, vermute ich mal. Also, ich gehe jetzt mal von aus, dass es so gedacht ist. so Salomon. So, dann, boah, oh Gott, jetzt ist die Frage, wie jetzt geht's weiter? Das ist, oh Gott, was ist das hier? Was soll das sein? Gepflanzt, oder was? Ah, okay, das ist so ein kleiner Strauch mit einem Blättchen. Okay, jetzt sehe ich das erstmal. Die Frage ist, was ist das hier für ein Bild? Das kann man so schlecht erkennen. Ist das, ist das erst, Moment, ich gucke mal da, da kann man es ein bisschen besser erkennen. Ah, da wird der Samen erst gepflanzt. Okay, also ist das ganz unten. Die Frage ist, wer ist ganz unten? Äh, David ist ganz unten. Okay, David. David, wo ist David? Da, David. So. Äh, okay, das scheint ja schon richtig gewesen zu sein. Dann würde ich sagen, kommt, das ist dann, jetzt, Zweite. Der Zweite wird sein, Schimea. Schimea. Schimea, würde ich sagen. Schimea. Schauen wir mal. Ganz unten. Ja. und dann hier in der Mitte müsste dann Sobapp sein. Aber das Problem ist, wir haben vier, äh, wir haben fünf Namen. Ähm, ist es Sobapp oder es ist, wie heißt der andere denn? Äh, Nathan. Nathan oder Sobapp? Mal gucken. Ich probiere es jetzt erst mal mit Sobapp, Sobapp, Dab, Dab, Mbapp, I do you, Bab, Sobapp. So. Jetzt habe ich es. Und jetzt? Ich brauche Feuer. Ich brauche Feuer. Ich brauche Feuer. Es sind doch nur vier Lampen an, ne? Wo ist der fünfte Name? Boah. Kann ich ins Wasser? Nein. Doch. Okay. Ist hier eine Leiter? Nee, ne? Nee. Hm. Okay, rauskomme ich nicht mehr. Okay, wir müssen das Rätsel hier lösen. Die Frage ist, wo kriege ich Feuer her? Muss ich sie fragen, um Feuer zu bekommen? Oder? Yes. Ja. Ich brauche Feuer. Feuer, mir mal eine. Huch, was war das denn? Okay. Feuer, mir mal eine. Aber man kann doch nur die... Ja, 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 ja. Man kann doch eh nur die Namen wählen, ne? Warte mal. Das ist bestimmt falsch. Hä? Ich dachte, dieses glitzernde, dieses glitzernde Geräusch kommt jetzt. Hä? What the fuck? Okay. Äh... Nathan? Nathan Drake. Jetzt kommt der Plottwist. Nathan Drake steckt hinter all dem. Ähm... wie Ring wählen. Ähm... Nein, ich brauche das. Okay. Wie funktioniert das? Oh Gott. Oh Gott, wir wollen das hellblauer, ne? Es gibt nur die... Hä? Das versteht wieder einer, wer will. Kann das sein, dass es was mit Farbenmischen zu tun hat? so, hier ist rot. Und jetzt? Oh Gott. Ähm... Hä? Es ändert sich gar nicht mehr. What the fuck? What the fuck? So, grün... Gelb. Türkis... Blau... Rot. Gar nichts. Was ist denn gar nichts für eine Farbe? Ich bin mir da gar nicht so sicher, was ich machen muss. Das ist das Problem. Grün vielleicht irgendwo her. Hier ist grün. Ist das jetzt richtig? Ich, äh... Warte mal. Oder muss ich jetzt hier noch was machen? Ne, hier kann ich jetzt nichts mehr tun. Hier ist das Rätsel gelöst. Okay. Also müssen wir hier irgendwas tun. Die Frage ist nur was. Ich kann nur die drei Spuren wählen. Einmal die hinteren Gläser. Die vorderen Gläser. Die zwei. Und einmal... Wählen... Was wir drauf gehen. Welchen Namen haben wir denn nicht? Jetzt mal eben kurz gucken. Nathan haben wir. Shima. Sobap. Sobap. Da, da. Du, bap. Du, ja und David. Der Solomon, den haben wir nicht, ne? Ich würde sagen, wir gehen mal auf den Solomon. Und gucken mal, ob wir da jetzt mal... ...lila bekommen, irgendwie. Ne. Die geheimnisvolle Tür geht auf und sie schreitet einfach direkt voran. Ohne erstmal zu gucken. Hm, vielleicht könnte da eine Falle sein? Nein. Ist egal. Ist egal. Wie sich immer bewegt? Wie sich immer bewegt? So, dann gucken wir mal. Juhu, Terranimo! Zack, so, wie komme ich hier runter? Einfach runter springen, bitte. Ah, sie geht natürlich ganz human, die Leiter runter, natürlich. Wir machen das auf einer actiongeladenen Art und Weise. Dass ich mich vor lauter... ...vor lauter atemberaubendem Abenteuer nicht halten kann. Äh, oh Gott. Ein Bewegungsrätsel. Oder was ist das? Wo geht's hier lang? Ah, hier ist das Gitter zu, okay. Da ist Gitter! Das sieht aus wie ein Bewegungsrätsel. Oh Gott, ich hab ganz schöne Befürchtungen. Hallo, was soll ich machen? Helf mir, ich bin so alleine. Da liegt ein Schlüssel oder irgendwie sowas, ja. Und das wird wahrscheinlich hier die Tore öffnen oder die Gitter öffnen. Ei, 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 ei. Und hier, was können wir hier tun? Ach, du heiliger Schrohsack. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott.